Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Isitia Ormentata. Isitia Ormentata sind ein traditionelles antikes römisches Rezept für ein mit Brot und Gewürzen Angereich ernten Fleischklops, der aussieht und hergetellt wird wie ein moderner Burger. Das Rezept dafür stammt aus dem Kochbuch des Apicius, der Re Coquinerie, dem einzigen erhaltenen Kochbuch des antiken Rom. Für vier Personen werden folgende Zutaten benötigt. 400 Gramm Hackfleisch, Rind- oder Lammfleisch, altbackenes Brötchen, 200 Milliliter Weißwein, 50 Gramm Pinienkerne, einige grüne Pfefferkörner, grob gemahlener schwarzer Pfeffer nach Geschmack, L-Garum oder schnelles Garum, zwei Teelöffel federweißer oder weißer Traubensaft. Folgende Utensilien werden benötigt. Mehrere Schüsseln, Messer, Schneidebrett, Gabel, Pfanne, Backpapier, Backblech. Zubereitung Das Brötchen in ca. 1 cm große Würfel schneiden und mindestens eine Stunde in dem Weißwein einweichen. Die Pinienkerne fein hacken. Den Backofen auf 180 Grad Celsius vorheizen. Dann das Brot mit dem Hackfleisch mischen, die gemahlenen Gewürze und das Garum zufügen. Mit einer Gabel gründlich vermischen. Sechs kleine Burger daraus formen und die Pinienkerne und Pfefferkörner in die Oberfläche stecken. Aus dem Backpapier ein Schiff falten. Das Schiff auf das Backblech stellen, den federweißer auf den Boden geben und die Burger darauf legen. Im Ofen 30 bis 35 Minuten bei 180 Grad Celsius backen. Heiß servieren. Beilage Als Vorspeise zu einem römischen Menü. Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit! Ver Valley Klärung Beilik How Drei Beilage Wenn Beweil Beilage 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 Beелич